Am 4. Mai 1980 stirbt Josip Ros Tito. Während des Zweiten Weltkriegs macht Tito sich einen legendären Namen als Partisanenführer. Seine Einheiten leisten ab 1942 dauerhaften Widerstand und binden starke militärische Kräfte der Deutschen und Italiener in Jugoslawien. Nach der Befreiung Belgrads und der Ausrufung der Republik wird Tito Ministerpräsident, dann ab 1953 Staatspräsident. Zunächst Parteigänger Stalins, setzt er ab 1948 für Jugoslawien auf einen eigenen dritten Weg zwischen Plan- und Marktwirtschaft. Dieser Weg ist eng an das Konzept der Arbeiter-Selbstverwaltung gebunden. Auch außenpolitisch geht Tito eigene Wege zwischen den im Kalten Krieg erstarrten Machtblöcken. In zahlreichen Reisen wirbt er in den Entwicklungsländern für seine Idee der Blockfreiheit. Noch vor Nikita Khrushchev deklariert er das Konzept der friedlichen Koexistenz der Systeme. 1968 unterstützt er den tschechischen KP-Chef Alexander Dubček. Die Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Truppen des Warschauer Paktes lehnt Tito entschieden ab. Die Niederschlagung des Prager Frühlingsländern